Russlands Staatschef Putin hat die internationale Staatengemeinschaft gewarnt. Sollte der Westen seine Angriffe auf Syrien wiederholen, wird es in den internationalen Beziehungen eine Krise geben. Putin hatte mit seinem iranischen Amtskollegen ein Telefongespräch geführt. Darin hat Putin den Angriff durch die USA, Frankreich und Großbritannien kritisiert. Es verstoße gegen UN-Verträge.